Jammu Leute, euer Vionix im Start. Heute gibt es ein Ründchen ETC mit meinem Voice-Over nachträglich drauf. Ich habe die Woche mehr gespielt. Es ist kalt geworden in Deutschland. Ich hatte ja noch ein paar Tage Gott sei Dank frei und konnte deswegen ein bisschen mehr zocken, ein bisschen mehr YouTube gucken. Ich hoffe, euch geht es genauso. Auch wenn es draußen kalt ist, habt ihr ein gemütliches Plätzchen und könnt es gut genießen. Deswegen gab es gestern ein extra Video zusätzlich, in dem ich einen ähnlichen Bild gespielt habe, der aber ein jedes Ende gefunden hat. Ich hoffe, wenn ihr Bock habt, schaut gerne nochmal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten möchte ich euch heute einen Bild zeigen, der definitiv geil ist und der zeigen soll, dass diese Idee definitiv spielbar ist. Denn man unterschätzt diese Karte vielleicht. Ich glaube, viele wissen, dass sie sehr stark ist. Manche denken sich aber auch, passt die richtig rein? Es geht nicht ums Reinpassen. Die Karte ist selber fähig, einen gesamten Bild zu bauen. Mit ein, zwei Zusatz Pieces. Gucken wir uns heute an. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und wer mehr Bock hat auf diesen Content, gerne ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht habt. Und ansonsten einfach Dienstag und Donnerstag auf Twitch vorbeischauen. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr die ganze Sache dann live zuschauen und im Chat mit den anderen euch unterhalten und mir an den Kopf schmeißen, wie unfähig ich denn manchmal bin. Denn ein Profi bin ich definitiv nicht. Aber Spaß haben wir hoffentlich alle an diesem Spiel. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe angefangen mit dem, wie heißt es, Bonehead. Habe gelevelt, Turn 2. Habe jetzt gefreezed, hauptsächlich für Lasso. Da ich mit Lasso dann garantiert für 5 Gold einen Minion über Lasso bekomme, was dann nur 2 kostet. Und mit den restlichen 3 Gold kann ich dann Hero Pawn mit ECC, weil wir wissen alle, Buddies sind immer einen Ticken stärker auf der gleichen Tavern Tier wie andere Units auf dieser Tier. Deswegen will man so viel wie möglich Hero Pawn. So, hier nach wie vor erstmal gucken, welchen Buddy nehmen wir. Und da war Varanus meine Wahl. Wir wissen alle, wie stark das sein kann, möglichst schnell an 6, 7, sonst was Drops zu bekommen. Und bevor ich hier es kiere, mit dem Lasso nur einen One Drop zu bekommen und das in einen Random Two Drop zu verwandeln, habe ich mich dann dafür entschieden, von meinem Plan abzuweichen, Lasso nicht zu nutzen, Bonehead zu verkaufen und stattdessen direkt eine Tavern Tier schneller zu starten und auf einen 3 Drop zu gehen, indem ich den Skull kaufe. Man muss leider sagen, Fiery Fellblood, stat-technisch nicht gerade der beste 3 Drop, aber ist okay. Wir haben eine Runde Attack Buffs mitgenommen, gucken uns hier den neuen Buddy an und finden noch einen Varanus. Deswegen geht es jetzt weiter. Im Prinzip völlig egal, welchen anderen 2 Drop ich kaufe, denn diesen 2 Drop werde ich in einen 3 Drop verwandeln und darüber habe ich keine Kontrolle. Deswegen habe ich hier lange überlegt. Man will natürlich nicht Varanus neben Varanus stehen haben, sonst würde man den einen Varanus in einen 3 Drop verwandeln und den verlieren. Da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich hier dann einfach random einen 2 Drop genommen. Welchen ist völlig egal. Ich hatte kurz überlegt, ob es sich lohnt, den Tett durchzurollen, aber da ist das Risiko halt, dass man einen 1 Drop statt einen 2 Drop bekommt und dann wieder eine Thermantir niedriger startet. Aber hier erstmal Double Varanus, einmal in einen 4, einmal in einen 3 Drop und wir gucken, was uns das Ganze beschert. Und wir haben gekriegt Abomination und Venom. Auch Abomination ungebufft nicht so viele Stats. Das Venom haut völlig unkontrolliert leider in Bonehead rein. Eigentlich hätte er in den Naga reingemusst und dann hätten wir das Ding hier sogar gewinnen können. Tja, Pech gehört dazu. Ja, ETC hat leider nicht viel Amor, deswegen sind wir hier schon unter 30. Aber gehört leider mit dazu. Deswegen gucken wir hier erstmal Leveln, dann Buddy nehmen. Wir wollen natürlich Hire Tavern Tier vielleicht. Und dann war hier die Überlegung, nimmt man Kill Rack für einen Demon mit oder sagt man, nee, ich gehe hier definitiv auf eine Quest. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Schwierige Überlegung zu sagen, verkauft man den direkt, um jetzt eine Quest schon zu entdecken. Aber dann, was macht man mit diesem einen Gold? Der Apfel würde passen gerade, bringt mir aber kein unmittelbares Tempo und ich will nicht zu viel Schaden kriegen. Die andere Option wäre jetzt zu sagen, ich halte den eine Runde als 3-3er, damit er wenigstens ein bisschen was auf meinem Board macht an Trades und kann die nächste Runde dann verkaufen, um das Gold besser zu nutzen. Um dann die Quest zu sehen und so weiter. Aber erstmal gucken wir, wir gehen in einen 5-Drop und in einen 4-Drop. Gucken, was uns das Ganze beschert. Und es ist Bran und der 4-Drop ist eine Balladist. Wirklich nicht gut. Vor allem nicht, wenn wir wirklich gegen eine Shudderwog kommen, die einen goldenen Picky-Eater schon hat. Die frisst jede Runde richtig Stats. Die hat schon ein Hellblatt gefunden für Big Stats. Also, die hat eine goldene Zukunft. Aber naja, passiert. Man kann nicht immer Glück haben. Jetzt haben wir die Chance zu wählen. Und weil wir schon Higher Tavern Tier, Higher Tavern Tier machten, habe ich mir dann überlegt, wir können ja vielleicht mal mit einer Higher Tavern Tier jede Runde gehen und gucken, dass wir zusätzlich das Ganze noch beschleunigen. Deswegen das Trinket gewählt. Wir holen erstmal mit dem zweiten 4-Drop auch 7-5 auf. Haben Double Shady jetzt. Und jetzt gucken wir uns mal an, eventuell was für Quests wir machen können. Denn das ist ordentlich viel Extra-Gold. Plus 8 Extra-Gold, wenn man die Quests immer erfüllt von dem. So, entweder 10 Minions müssen angreifen, 30 Gold ausgeben oder 15 Karten auf die Hand. Ich habe mich hier für das Angreifen, weil das automatisch passiert, entschieden. Nächstes ist 3 Kampfschrei. Naga oder Murlocs spielen. Oder das letzte war 6 Minions kaufen. Naga und Murlocs ist definitiv nicht die Richtung, die ich mache. Deswegen habe ich mich hier für kaufen entschieden. Gehe jetzt einfach mit der Biggest-Stat-Unit aus dem Shop. Und weil ich nur 2 statt 3 Gold hatte, statt einem weiteren Unit noch mit dem Spell. Nicht das Beste. Vor allem, weil die Stats, die ich gerade gemacht habe, auf den 5-Drops wieder weg sind, sobald die verwandelt werden. Aber egal. Wir sind in Zug 6 und haben jetzt 2 zufällige 6-Drops und gucken uns das Ganze einfach mal an. Und was wir bekommen haben, ist Kultist und Atro City. Und was man dazu sagen muss, ist, dass dieser Hit todeslucky war. Denn hätte der nicht den Atro City gehittet, hätte der Kultist attackiert und er hätte keinen Demon spawnen können, weil noch kein Demon gestorben war. Aber so rum war das natürlich extrem stark. Wir waren trotzdem stark, auch ohne, dass der den zweiten Golem gespawnt hätte. Aber sowas natürlich doppelt gut. Und hier habe ich mich dann dafür entschieden, an der Stelle zu sagen, ah, wir gehen nicht in 7-Drops, sondern wir behalten die 2 6-Drops, die wir da gerade machen. Und gucken von dort aus dann. So, deswegen machen wir aus diesem 4-Drop ein 5-Drop. Was wir da genau haben, ist dann relativ egal. So, wir nehmen Atro City nach hinten, weil man möchte, dass Atro City erst stirbt, nachdem andere Klassen gestorben sind. Denn pro verschiedene Klasse, die gestorben sind, wird der Golem größer. Und dann möchte man natürlich, dass Kultist nach Atro City stirbt, damit er noch einen Atro City beschwört. Atro City selber ist All-Type. Das heißt, wenn Atro City stirbt, zählt er selber auch nochmal als eine verschiedene Klasse. Und wenn man dann 9 Atro City beschwört, zählt der, der stirbt nochmal als eine eigene Klasse. So kann man halt das Golem-Scaling aus dem Todesröcheln da ein bisschen nach oben treiben. So, aus dem Bran wird ein Six-Drop, aus dem Land-Laber ein Four-Drop und wir gucken uns das Ganze an. Hier hat mich das Verwandeln komplett gekontert, denn der Tunnel-Blaster tötet meinen Kultist, bevor Atro City stirbt. Konnte man ja nicht absehen, aber Pest gehört dazu. Und jetzt wurde es halt interessant. Ich habe einen KT bekommen. Deswegen entdecken wir nochmal einen Four-Drop-Buddy. Wäre es supergeil, weil wir hier nochmal vielleicht einen der Six-Drops duplizieren können. Genau das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe mich hier für Atro City entschieden. Also nochmal eine Klasse mehr, die stirbt, nochmal einen Golem mehr, nochmal höhere Stats. Das hat super funktioniert. Dazu muss man sagen, Pest ist natürlich auch einen Six-Drop, einen Four-Drop, ob man jetzt Tunnel-Blaster oder die verwandelt, macht keinen Unterschied. Deswegen Tunnel-Blaster weg. Jetzt mal ein paar Sachen mitgenommen. Atro City kann man wie gesagt als Demon hier nutzen. Und einmal kann ich noch rollen und schauen, was das vielleicht werden soll. Wir machen aus dem Four-Drop einen Five-Drop. Auch hier relativ egal, was es wird. Das wird ja ein Random-Six-Drop. Und zweites Atro City aufs Board. Und das an sich sollte uns schon relativ stark machen. An der Stelle ist das definitiv ein Freeze-Wert für die magnetische Hand. Denn auch Atro City mehrfach spawnen mit Reborn und so weiter ist es definitiv wert. Und es wird ein Admiral Sanders eigentlich super cool, um was Goldens zu machen. Das große Problem an Admiral Sanders ist, wenn man ihn schon auf dem Board hat, bringt es nichts. Wie löst man den Kampfschrei aus? Also, nicht der beste Seven-Drop, den man hier bekommen kann. Ein Atro City ist sehr early gestorben, das zweite später. Wir lösen endlich die ersten acht Zusatzgold aus der Quest aus. Wir töten auch Venom und der Kultist muss nicht mal zum Einsatz kommen, weil die Golems groß genug sind, hier die Traits zu machen. Und Reno auf genau 15 stirbt, bevor er das große Trinket im Turn 9 bekommt. Das ist wirklich übel gewesen. Jetzt dürfen wir aber erstmal ein großes Trinket wählen und an der Stelle die Kodo Leather Pouch passt nicht rein, das Fressen nicht richtig. Ja, wir sind in Ashy, das war so meine Überlegung und deswegen habe ich Dishes genommen, denn die Atro City Richtung hat mir relativ gut gefallen. Jetzt, wo ich Reborn habe, wäre natürlich KTV da irgendwie doch gut gewesen, aber es war halt keine Alternative, den nicht zu verwandeln. Man muss da schon gucken. Seven-Drops sind so stark teilweise, dass ich mich dafür entschieden habe. Interessante Mechanik von Token of the Old. Verwandelt ja eigentlich in eine höhere Tavern Tier. Ich habe es auf einen Seven-Drop genutzt und es wird aus ihm ein Six-Drop. Also, man kann nicht Seven-Drops in Eight-Drops gibt es sowieso nicht, aber eigentlich sollte man ja meinen, wenn es nicht höher geht, verwandelt er auf der gleichen Tavern Tier. Nein, tut er nicht. Er verwandelt es sogar rückwirkend von einer Sieben in eine Sechs. Fand ich interessant zu sehen. Dann machen wir halt aus unseren zwei Random Six-Drops hier zwei Random Seven-Drops wieder. Und natürlich nehmen wir da das Menagerie Scaling von den Dishes einfach noch zusätzlich mit. Auch hier Menagerie wirklich, wirklich groß schon mit dem goldenen ähm wie heißt er denn? Äh Lightfang aber wir sehen jetzt gleich wie effektiv das doch sein kann. Da nochmal ein Gottesschild ist schon übel. Ist schon übel. Atro City Contra hat Gott sei Dank ein Gottesschild. Jetzt ist wichtig den Cleave weg und wir machen Gott sei Dank noch das Unentschieden auch wenn es relativ knapp war. Wir haben wieder einen Sanders verwandelt was uns wieder nichts bringt aber wir haben einen Meurer was definitiv interessant ist. Deswegen gucken wir hier mal weiter und entdecken nochmal ob wir vielleicht einen geilen Six Drop finden können. Hier habe ich überlegt da lohnt es sich irgendeinen Buddy golden zu machen oder geht man auf Elder? Ähm Elder ist halt interessant wenn man große Units hat aber das Problem ist halt die Atro City selber sind nicht das was großartig scales sondern eigentlich ist es ähm ja wie heißt es äh eigentlich sind es die Golems innen drin trotzdem habe ich ihn erstmal genommen um zu gucken was wir vielleicht mal machen können. So Venom funktioniert ne Atro City gilt auch als Merlocks ich muss mich mal langsam von den Dingern da trennen so ein bisschen und suche jetzt nach aktiveren Möglichkeiten da ist Zusatzgold ne ich stack Stats gerade auf einem auf einer Unit um dann nach Möglichkeit dann was Großes rauszuholen ne aus dem Elder gesagt auch Level noch 6 wichtig hier und ich trenne mich auch von dem Buddy weil wie gesagt es ist nichts richtig groß gescaled aber naja hier war jetzt die Überlegung nochmal Murky oder Kultist und Kultist passt da halt perfekt ne nämlich für Double Venom entschieden aus dem Grund dass wir da natürlich besser scammen können wir kriegen weitere Karten Dishes sind keine Buffs sondern pro verschiedene Klasse die man hat bekommt man auch von dieser Klasse ne Karte und das ist halt viel Gold weil man die natürlich auch verkaufen kann so da stirbt der das erste Atro City aktuell Golems 35 Stats jetzt Golems 42 Stats bei ihm ähnlich so und da hab ich dann gemerkt oh kleiner Fehler wenn man ne Phalanx hat ist sie auch All Type das heißt sie ist auch Demon heißt die Kultist spawnen ne Phalanx wenn man ähm ja sie spawnen eine Phalanx wenn man sie äh zuerst wenn sie zuerst stirbt und deswegen musste sie gehen lassen hier hab ich mich äh vielleicht falsch entschieden man hätte in die Richtung Kultist gehen können äh Kultist äh KT um die Reborn Atro City da zu zu duplizieren ähm ist aber auch schwierig und das Verwandeln hilft uns hier zumindest Golden Atro City zu finden was super ist und dann schalte ich doch und denke mir ah ja KT kann ja Reborn Sachen äh duplizieren und da Atro City auch als Unterroter zählt kann man das auch mit ihm machen so und dann habe ich gesagt okay ich nehme mal Heist äh Tavern von allen weil da könnten ja ähnliche interessante Sachen sein und siehe da irgendjemand spielt auch einen Kultist und den nehmen wir natürlich gerne mit entdecken noch einen Kultist und können jetzt quasi full Atro also jeder Kultist ist quasi noch ein extra Atro City das ist so die Idee ähm und spawnt und spawnt viel ich muss zwei Board Space machen denn ich möchte sowohl ich möchte Atro City duplizieren das Problem daran ist halt auch dass ich dann ähm den Todes Platz für den Golem haben muss und Platz für ähm für den Golem das der Rebound der Atro City und dann für das Wiederspawn das heißt zwei Board Space muss man dann machen ähm Windfury könnte man gut auf Atro City packen wenn man möchte ja dass sie stirbt bevor hinten die Kultist sterben ihr versteht was ich meine warum ich das nicht gemacht hab fragt mich nicht ich weiß es nicht mehr leider so aber das Duplizieren funktioniert also wir haben einen Golem bekommen den können wir wieder verkaufen nächste Runde aber was wir auch bekommen haben ist eine Golden Atro City die Golden Rebound Atro City behalten wir natürlich und können jetzt mit 99,9% hier den Pirate Untoten Mixed Player nach Hause schicken da Atro City stirbt Gott sei Dank da aber die andere Goldene Atro City war ja sowieso schon mit einem HP gesnappt worden welche davon stirbt ist doch relativ egal und jetzt kommen die Kultist zum Einsatz noch ein Atro City jetzt seht ihr wie groß inzwischen die Golems werden 98 90er Stats zack 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 jetzt kommt Golden spawnt nochmal zwei Atro Cities und mit jedem Atro City was stirbt werden die größer 112 Golems aus dem nächsten werden 118 Golems gekommen bigger 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 ah ne gar nicht 118 sogar noch mehr plus 14 plus 14 machen die Golden natürlich die Buddies sind nicht wirklich gut gerade der Golem geht hier wäre jetzt die Frage lässt man also ich habe mich gefragt ob man den goldenen Murloc gehen lässt das Venom quasi streicht und dann nochmal dupliziert die armor nicht mehr so attraktiv denn damage cap gibt es nicht mehr in der top 4 deswegen habe ich das hier weggerollt aber nochmal Rebound für das andere Atro City gefunden was Premium ist muss man einfach sagen na da hatte ich überlegt nimmt man den Monkey mit für extra gold weil es ist ja schon viel todes röcheln dann hätte man nämlich die Möglichkeit den KT gehen zu lassen und dann habe ich mich deswegen dafür entschieden weil das gibt mir die Möglichkeit dass ich noch eine andere Klasse mehr spiele das Problem ist der Golem ist halt no type er ist neutral dann habe ich den amalgam tool gehen lassen ja er ist menagerie ist all type aber all type ist auch genau sein Problem weil wenn der statt den atro cities stirbt spawnen meine kultes zinten einfach ungebuffte amalgam tool groups die nichts machen deswegen musste der gehen das wäre wieder ein Fehler gewesen der gleiche Fehler den ich da mit der Phalanx schon gemacht hatte da war ich geistes gegenwärtig und bin ihn nicht begangen er rennt weiter komplett managerie mit double lightfang hier runter und dann hittet er mich hier relativ gut kontert einmal venom damit auch auf jeden fall aber wir sehen wie schnell jetzt die stats der golems wachsen so da sind die golems quasi auf 100 und jetzt kommen erst die kultes und zack sind wir auf 126 und da kommen nochmal zwei atro cities raus aus dem kultes hinten ihr seht einfach dupliziert eure atro cities übertreibt weil jeder kultes ist quasi wieder ein atro city das ist das geile ein normaler kultes kopiert ihr auch einen goldenen atro city das heißt wenn ich hier nochmal einen normalen kultes finden würde wäre das auf jeden fall noch eine karte die ich spielen würde und das ist genau das was ich tue ich suche nach einem weiteren kultes ich suche vielleicht noch nach einem weiteren einzelnen atro city besser wäre natürlich in golden aber dafür ist halt schwierig den board space zu finden das hätte ich vielleicht in dem einen zug machen können dann hätte ich lassen hätte atro city gespielt und so das wäre möglich gewesen aber da ich das nicht gemacht habe ist das schon okay so ein bisschen buffen mal die atro cities an sich damit die selber auch stats machen so den kultes tier gebufft aus dem einfachen grund ich möchte nicht dass ich hier von einem tunnel blaster gekontert werde weil das ist natürlich eine Art und weise wie man diesen bild ja wie heißt man würde einfach hingehen und gucken dass man weiß es nicht da kleines misplay ich habe einen demon auf dem board das ist nicht gut nicht drüber nachgedacht in dem moment ja man würde halt einen tunnel blaster zum beispiel mit titus mehrfach auslösen und gucken dass die kultes sterben bevor die demons bei den gegnern sterben das ist natürlich nicht das das ziel eigentlich ne er hat richtig große stats hier werden wir wahrscheinlich mal sehen was meine meine arthros cities so im endeffekt leisten können so ich bin immer noch der meinung ja ich hätte wahrscheinlich gucken sollen dass ich big oder dass ich noch einen golden arthros city kriege habe ich nicht gemacht kt ist inzwischen weg und er kopiert halt auch wirklich seine big arthros cities da sehen wir es ein golden arthros city fehlt weil ich leider den falschen weil ich einen demon aufgestellt war ein fehler hat sich Gott sei Dank nicht so hart gerecht aber hätte mir hier auch locker das game kosten können hier ist jetzt die überlegung ja er ist big vielleicht ist titus die richtige wahl muss man jetzt mal schauen die buddies haben mir da auch nicht mehr geholfen in dem moment ja also es war nicht ganz clean und sauber gespielt die runde das kann man definitiv sagen und das geh ich behaupte das auch gar nicht dass ich komplett clean und sauber spielen würde aber da war definitiv noch Raum nach oben hier mit dem Grave Robber ja man könnte das auf Atrocity nutzen das große Problem ist man bekommt dann ja nicht einen goldenen auf die hand man rebound den goldenen der hat dann verliert aber seinen rebounder durch und man würde aber auch dann nur einen einfachen auf die Hand bekommen was vielleicht nicht das ist was man möchte weil die Kultist könnten ja dann auch nur noch in der einfache zuerst stirbt einen einfachen Spawn statt den goldenen und das ist halt nur halb so viel Stats trotzdem nehme ich ihn mit aus dem einfachen Grund mit dem Mummifier in Kombination gibt er mir natürlich die Möglichkeit dann das vielleicht trotzdem zu machen und über den Mummifier dann mit einem zweiten Grave Robber dem Rebounden der dann keinen Rebound mehr hat wieder Rebound zu geben so man könnte damit ein bisschen amplifizieren und mit dem verzögerten Mimefire ist hier die Strategie einfach zu sagen ach hab ja dann vielleicht wieder einen der kann ja dann gucken dass er mir das Scaling übernimmt funktioniert 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 hier leider nicht ganz er hat wirklich richtig große Units muss man leider sagen aber an sich die Idee des Builds funktioniert es war nicht ganz ausgefeilt ich glaube aber man sieht gut wie groß die Sets werden können hätten wir noch einen goldenen Atro City mehr wären wir hier definitiv richtig richtig gut dabei aber an der Stelle war es das leider für mich wir gehen mit dem dritten Platz trotzdem wollte ich euch jetzt zeigen der Atro City Build hat Potenzial ich muss noch ein bisschen dran feilen wie ich ihn selber spiele ich hoffe trotzdem ihr hattet Spaß wenn das so ist lasst kein Abo da Glocke like nicht vergessen und ansonsten wünsche ich euch eine geile Zeit ich bin raus ciao